Ach, das ist das Müllrad. Guck! Aber da ist kein Wasser drin. Nein, da ist kein Wasser drin. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das haben wir erst überlegt, aber das funktioniert nicht. Und was ist das für ein Baum? Erkennt man auch gleich. Birke. Eine Birke, genau. Richtig. Danke. Danke. Das ist die größte Frauenbruch. Sie also sind da ein lunchesclashen. Ja, das macht ihr immer noch Produkt. Schade. Und war jetzt abstraining, da andersrum sei es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020